Ich kann nichts lernen, ich will mich amüsieren. Hast du denn jetzt irgendwas ausgeliefert? Aber klar, wie jeden Mittwoch. Auf mich ist Verlass, Alter. Aber den hier nicht. Der war schon weg, aber die kennen mich in dem Laden und nächsten Mittwoch kriege ich ihn ganz bestimmt. Schade, sie will das nicht echt viel versprechen. Du hättest ihn ja leihen können. Bist du recht? Ja, das ist sehr angenehm. Haben Sie die Nachtzuschläge berücksichtigt? Ja, selbstverständlich. Sie haben sie auch schon mal vergessen.